In einer Welt von Minecraft Techit lebten einst zwei Legenden, die alles besaßen. Macht, Ruhm und Reichtümer. In dieser sogenannten Welt erstreckte sich ein Projekt. Sein Name war Boutcraft. So, hallo Leute. Willkommen zu der letzten Folge. Wir gehen jetzt sofort, kein Wort Null. Weil jetzt kämpfen wir gegen den Ender-Drink, wollte der Nieser-Krater sein. Ja, wir haben uns hier was Teilchen gebunden zur Stadt. Es ist ja die letzte Folge, wie gesagt, ich habe hier kurz alles gesaved. Aber die 10 Goldäpfel habe ich nicht gesaved. Scheiße. Scheiße, die P-Äpfel sind hier nicht so OP. Also wir werden öfter sterben, weil das nicht das originale Ende ist. Und dieser Kerl... So, das ist das originale Ende. Wir mussten ein Save-Sporn, weil das originale verpackt ist. Und ich habe hier auch ein komisches Ende. Vergiss es, ich bin schon wieder gestorben. Ich komme rein und sterbe Insta. Ähm, gut. Ich halte ihn mit den Schneeballen weg, ne? Ja, das Problem ist, ich bin gerade eben auf den Platz von gekommen und war sofort weg. Ja, und schon wieder. Da hat er schon richtig viel Life verloren. Da hat er schon richtig viel Life verloren. Oh mein Gott, oh mein Gott. Wir haben ja eine Muskete, haben wir jetzt auch gegeben. Weil die ein bisschen mehr Schaden macht. Oh oh. Yo, die macht gar keinen Schaden. Ja, und du meinst, die warst okay. Ja, zumindest mal. Und Enderpern. Ich werde noch auf der Insel landen. Okay, ne Leute, ich bin raus. Bis zum ersten Mal. Nein! Nein, ich bin auch raus. Scheiße. Ich laufe jetzt wieder direkt hin. Aber die haben jetzt schon zur Hälfte, oder die haben schon zur Hälfte, oder die haben schon zur Hälfte, oder die haben schon zur Hälfte. Der muss sterben. Ich gebe mal in mein Game-Out rein, damit ich das überlebe. Weil das, wie gesagt, nicht das originale End ist. Das ist so ein bisschen scheiße gemacht. Billige Fake-Version. Wogegen wir leider nichts können. Oh, ich habe nicht alle 10 Gold-Effel gesaved. Hoppla. Shit. Mit den Schneebellen hält man ihn weg. Warte mal, ich hole die Muskete. Halt ihn weiter weg. Ja, nice, okay, doch die macht schon ganz gut Schaden. Okay, ähm. Stirb! Scheiße, habe ich ihn nicht getroffen. Oder habe ich ihn getroffen? Nein, ich habe ihn vergiftet. Poison, ha! Er kriegt so oft Schaden. Und die Schäder wird ja irgendwie immer schwarz bei mir. Ja. Scheiße, dann muss er mir nachladen. Okay, Leute, er ist fast tot. Im Prinzip können wir nicht verlieren, wenn wir so weiterkämpfen. Mit immer wiederkommen. Aber es ist einfach wirklich zu schwer. Guckt euch mal diese Insel an. Ich habe ihn wieder verpeusst. Ich habe meinen ganzen Poison. Nee, ich habe keinen mehr Shit. Das ist auch nicht mehr. Ich würde aber ganz gerne, äh, ungern sterben. Ja, und wir haben ihn besiegt ja irgendwie. Nice, Leute. Ich mache schnell mal einen Screenshot dann vom Ende. So, ich habe das Screenshot gemacht, wie der da oben ist. Okay, das ist total zurück. Nein, ich bin schon durch. Ich gehe auch wieder zurück. Ähm, mit einer gespeichenden Sklauber. Und jetzt machen wir, machen wir das kleine Warplay, was wir fordern. Okay, das ist das Ende von Minecraft haben wir erreicht. Wir gehen wieder zurück. Ich lasse damit einfach die Ausrüstung, weil wir die jetzt einfach gerade haben. Nein, 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 ich muss hier wegmachen. Ich muss hier wegmachen. Warum? Ich brauche meine Fliegeringe. Okay. Und das. So, Leute, ihr wisst es wahrscheinlich, ich hoffe nicht noch warum. So, Flo ist jetzt kurz weg. Antoine ist bei denen drin gekommen. Ich habe nicht mehr so viel Zeit, weil wir haben gesagt, ähm, heute ist früher Schluss. Wie sonst, wo ich eine Schlussung war, nicht so auf der Fall, deswegen, Flo, geht's los? Ja. Ein ganz normaler Park in Minecraft. Wir zwei Helden machen sich auf den Weg. Und ein Projekt fertig ist es vielleicht. Ich werde für das einfach zündest, als ein so netter Gruen. So, okay, Leute. Ich habe scheiß viel Ur-Hand bei mir. Zündest einfach. Ähm, lässt uns einfach reingehen. Ich habe viel Zeit. Leute. Ähm, Eis. Kau raus! Oh oh, ich seh so langsam den Krater! Ich seh den Krater! Ich hab den Krater! Oh mein Gott! Ich hab Frames! Leute! Ich hab null FPS! FPS brechen ein! Und mein... Spiel ist abgestürzt! Dankeschön fürs dabei sein! Ich verabschiede mich hiermit! Ich hab drei FPS! Ja, ich hab Standbild! Tschüss! Auf Wiedersehen!